Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Kommen wir jetzt zum fünften Teil, was wir mit Schlauchpaketen machen. Wir haben vorhin darüber gesprochen und ich habe euch gezeigt, wie man mit dem Schlauchpaketwickler der Firma Dönges, wie man Schlauchpakete wickeln kann. Das sah dann so aus. Ich habe jetzt nur noch mal eben ein Hohlstrahrohr mit eingebunden. Das heißt, ich musste den äußeren Klipp habe ich einmal weggemacht und habe jetzt das Hohlstrahrohr mit festgemacht. Ist jetzt kein Hexenwerk. So, Problem ist jetzt, man kann das so, wie ich euch vorhin im anderen Teil gezeigt habe, das in einen Schlauchtragerkorb packen, um das Schlauchpaket zu transportieren. Auf der Schulter kann man es noch nehmen, aber meine Sorge ist da immer so ein bisschen, dass das Schlauchpaket irgendwo im Treppenhaus aufgeht. Man hat PA auf, also Pressehofatmer, Atemschutzausrüstung und dann geht das Ding noch auf und der Tag ist gelaufen. Deshalb gibt es etwas zeigen, was ihr vielleicht noch nicht alle kennt, was es da noch gibt. Die Firma, die sich um uns sorgt, hat so ein Tragesystem, so ein Gurtsystem. So sieht das ungefähr aus, farblich abgestimmt für mich. So, das heißt, ich baue es erstmal an und dann seht ihr, was das Ding kann. Man legt das, erstmal kennt man sich schön vor sein Schlauchpaket, legt das da so einigermaßen mittig hin. So, und wichtig ist andersrum, weil, ich erkläre euch warum, diese Gurte springen nicht von alleine auf, wenn der Druck drauf kommt, weil die werden hier einmal durch diese Schlaufe gezogen, durch diese Öse und dann wieder zurück und festgeklettet. Wenn das hier Wasserdruck drauf kommt, die sind noch drum, die springen nicht auf. Okay, das klappt nicht. Es gibt davon auch eine andere Variante, die aufspringen, dann müsst ihr darauf warten, wenn ihr euch das zulegen solltet, dass ihr da das richtig nehmt, was ihr auch wollt. Aber wie gesagt, denkt mal über die Variante nach, denn Klett habe ich eh schon drum. Das habe ich gepackt, das Schlauchpaket funktioniert und der Druck springt das auf. Wunderbar. So, diese Dinger, die legt man so hin, sodass die Streifen sozusagen sichtbar sind wie auf meiner Jacke. Die Öse hier oben, merkt ihr das wie so ein Nasenpiersing und hier ist der Streifen. So, und jetzt geht er da drunter durch und wenn ihr so umgehen würdet, würde das festklemmen, das ist falsch. Also, ihr geht unter durch und merkt schon, so soll es sein. Geht durch die Öse durch und dann wieder zurück. Was man hier gerade sieht, das sieht man in meinem Garten, ab und zu muss man diesen Klett natürlich reinlegen. rum, fertig. So, andere Seite, wir machen es erst am Ende. Wieder gucken, Streifen zu euch. Einmal Schlauchpaket, zack. Und zu. So. Bei dem versuche ich nochmal ein bisschen das Hohstrahlrohr mit einzubinden. Gucken, ob es für eine Länge reicht. Muss reichen. So, und einer noch. So. Fertig. Was passiert jetzt? Die sogenannte Herrenhandtasche für unterwegs. Schlauchpaket gesichert. Ich kann jetzt in den Innenangriff gehen. Ich nehme das Ding mit. Vielen Dank fürs Reinscheiden. Kommentiert gern, fragt gern. Gebt mir ein Zeichen, dass ihr es mögt. Wenn nicht, lieber gar nichts machen. Und nein. Das gibt es auch nur, dass ihr das wisst für den Innenangriff. Wie gesagt, unterschätzt auch nicht, was es für Schwierigkeiten kämen kann, wenn man das falsch transportiert, über die Pullen drüber hängt und so. Da gab es schon Diskussionen, ob das zugelassen ist und so weiter. Eine Variante, um den ganzen aus dem Weg zu gehen, okay? Alles klar. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt in den Innenangriff. Bis dann. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.